Wie kann das sein, dass ich vor dir reingehe und dann blockiert werde? Ich bin vor dir reingegangen. Bei mir nicht. Ja, leck. Du leckst. Das macht dir so natürlich nicht leichter. Ja, aber der Gegner leckt ja nicht. Die Gegner lecken mich. Aber vielleicht trifft er mich deswegen manchmal, wenn ich glaube, er trifft mich nicht. Nee, mich trifft er auch, obwohl ich denke, er trifft mich nicht. Aber, außer bei A3-Attacke braucht man ja nicht mal wegrollen. Weißt du? Ja. Ja, ich bin. Das ist Bullshit! Er hat sich gerade während er geschlagen hat gedreht. Ja, das würde ich auch machen. Also mit der Attacke, mit der er von oben nach unten haut, hat sich der Base einfach gedreht beim Schlagen. Sollte ich da getroffen, obwohl ich ausgeprägt bin. Was ist Timing? Nein, scheiß Timing. Also besseres Timing als vorher, aber es sind noch Ads da, glaube ich. Er haut jetzt zu, dreimal. Ja, das ist gut. Aber das zählt nicht bei Boston, weil... Ja, das ist gut. Oh, perfekt. Das ist ein Zeichen für uns. Das ist ein Zeichen. Super! Was ist denn das für Peitschniebe? Ah, du hast diese Peitschniebe. 50% gleich. Mhm. Hat mich, hat mich, hat mich, hat er Argo von einem, ich weiß nicht warum. Von hinten hat er mich nicht hier. Ich hab noch nicht so was genau sagen. Schieß ihn schnell an, bitte. Keine. Schieß ihn trotzdem schnell an. Sehr gut. Daaaah. Diesmal wird's nicht so gut. Ne. Weil... Leider keine Ulti anhaben, oder darf. Oh, jetzt hab er es jetzt gemacht. Oh ja, vielleicht Glück gehabt. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir haben ein Letztnächstes! Wir haben ihn irgendwie weggelaufen. Jetzt steht der Umfang zu dir. Er ist mega weit weg. Wir haben eine Letztnächst! Wir haben eine Letztnächst! Wir haben ihn fast! Ja! 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 Oh mein Gott! Das war noch mal ein Kampf. Oh mein Gott! Ich will zu meiner Mamas. Nichts, genau. Noch nicht. Wo erscheinen die denn? Du hattest auf jeden Fall recht bis jetzt. Was? Oh ja, das kann man hinten. Jetzt musst du mich eigentlich wieder bilden können. Ja, ich muss den noch ausweichen. Ja. Das ist eine gute Stelle hier. Ja, ich glaube auch. Fuck, Dreierkombi. Nicht noch bei mir explodieren lassen. Ich sterbe sonst. Zwei kommen noch, drei kommen noch. Ich hatte gehofft, dass da keine mehr aus der Richtung kommen. Das war wohl nicht der Fall. Okay, wir sollten hochgehen. Oh, fuck. Oh, ich hab hinten. Oh. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Also... Zweimal habe ich. Okay. Ich muss dann rückwärts rollen, alles klar. Oh. Ich hab irgendwas auf dem Kopf. Einer kommt drauf. Bei mir ist Platz eigentlich. Ich hab so eine Rolle auf dem Kopf. Okay. Ich weiß nicht, ob du das siehst. Nee, bei mir ist das nicht. Gut. Oh, du hast Öl. Okay. Okay. Komm wieder. Äh... Okay. Super zu langsam mit dem Runterspringen. Okay, ich bin perfekt rückwärts. Er hat mich trotzdem getroffen. Das ist noch nie passiert. Ich hab keine Ahnung, dass er mich getroffen hat, hätte ich gesagt. Aber... Wer will er kriegen? Einer ist direkt auf meinen Kopf gesprungen und explodiert. Boah, das ist natürlich recht. Da war einfach gar nichts zu machen. Wo ist der Typ? Warum bleibt er... Wo ist der? Der... Warum ist der so langsam? Alter, die Reichweite von dieser Waffe, ne? So, das war schnell. Alter! Alter! Ich habe... Okay, der ist direkt hinter mir explodiert. Also, die wären eh an dir vorbeigelaufen, aber... Oder wenn du sie berührst, vielleicht nicht. Ich weiß nicht genau. Nein, nein, ich weiß nicht genau. Ich bin nie da reingerollt, weil ich dem Boss aus Büchern bin. Ach, come on. Man kann ruhig an sie reinrollen. Man kann ruhig an sie reinrollen. Man kann ruhig an sie reinrollen und sie rein. Okay. Aber nicht ein Schwert wahrscheinlich. Man kann ruhig an sie reinrollen, aber sein Schwert hat eine extra Reichweite, um die zu zerstören. Weil er ist halt gerade nicht das Krieg zerstört, obwohl es mich nicht getroffen hat, obwohl das Krieg hinter mir stand. Hinter dir, hinter dir. Der hat neue gerufen gerade. Ja. Alter, wie schnell denn bitte?